ja und damit herzlich willkommen zurück zu let's play water golf uns fehlt ja gar nicht mehr viel hier wir haben schon vier von sechs und jetzt schauen wir mal das ist wieder mit bestimmte anzahl an züge und ach du scheiße wir haben eine kiste ja gut das kann ich jetzt nicht mehr retten weg damit aber jetzt kriegt man es hin boxtag jawohl ja und dann machen wir die auch noch umzugs tag ach du scheiße muss die in den transporter rein hier und jetzt verstehe das weit schlecht die müssen alle rein ich dachte wir haben eine bestimmte anzahl an zügen ja kriegt man schon ein der feld ist aber nicht runter oder ach das haus muss auch mit umziehen ja wie konnte ich denn nur das haus vergessen ich nehme an das muss dann zur flagge da wollen wir hinziehen ja alles eingepackt wunderbar das spiel überrascht mich immer wieder mit neuen ideen ich finde es genial gut schauen wir mal ah ja perfekt wunderprächtig gut überlebe 30 sekunden äh okay ah verstehe ich kann das als zeiger nutzen wunderbar weg mit dir weg mit euch hat das ist ja genial wo der kam jetzt gerade sehr nah ran aber wir haben es geschafft zielen und klicken ich bin jippie krone so aber jetzt kiste kiste wuhu ne kaffeemaschine nice können wir da die abkürzung wieder benutzen nein können wir nicht schade egal und noch vollkammer auch bekommen richtig gut und dann machen wir doch auf der anderen seite weiter perfekt gut das war jetzt nicht allzu schwer äh äh trifft die flagge ja und wo ist die flagge ah das ist wieder dieser klebeball spider ball spider ball macht was immer ein spider ball macht okay da ist die flagge jawoll herausforderung gewonnen sehr schön sehr schön gut auf zur nächsten und zack oh shit jawohl vielleicht naja das wird nichts mehr schade aber jetzt perfekt wunderbar dann machen wir die krone auch direkt noch böse blaue bälle rot ist drin boah das war aber knapp aber wir haben es geschafft sehr schön dann noch hier ja das ist wieder dieser klebeball scheiße gut gut dass er klebt da komme ich aber jetzt nicht rüber schade okay also diesmal mit ein bisschen mehr taktik verdammt das war jetzt nicht gut klebt man halt an der katze also die taktik im prinzip richtig jetzt einmal drüber jetzt einmal drüber jetzt haben wir noch zwei züge oh verdammt dann nehmen wir ganz weit rüber jawoll da haben wir erst dann auch ganz weit jetzt haben wir noch zwei züge und jetzt sollte es eigentlich klappen jawoll es klebt fest wunderbar dann machen wir doch gleich die krone ja noch hinterher trifft die flagge keine anzahl von zügen und sollten wir das ja jetzt eigentlich schaffen jetzt noch darüber und zack voll klebrig cool dann fehlt uns ja jetzt nur noch eine und zack Fragezeichen Fragezeichen okay äh what the hell gut wir schieben halt einfach mal der eine wird schon durchkommen oder multi bälle das war jetzt irgendwie lustig böse blaue bälle ja die finde ich auch dass die böse sind ab komm lass mich durch böser blauer ball komm bam der lässt mich nicht durch der ist böse Okay, Moment, wenn wir den jetzt auch in die Richtung schießen, kriegt man den Ball da runter und können unter Umständen vielleicht an den Bällen vorbei. Genau so stelle ich mir das vor. Jetzt fliegen die da unten rum, das kann uns ja eigentlich egal sein und wir gehen jetzt zur Flagge, Rot ist drin. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, was ich diesmal bekomme. Hoffentlich wieder ein Erfolg. Jawoll, 2D Golf ohne Palme. Yippie, ey. Das gefällt. Finde ich gut. Und, Bäm. Kuabunga. Okay, wir könnten hier jetzt weitermachen. Machen wir auch direkt. Ich hoffe es funktioniert. Trifft die Flagge, ja mit was denn? Ah ja, so eine Flagge ist das. Kaffeemeister. Und wir wollen natürlich noch die Krone. Trifft die Flagge, die würde natürlich da rüber hüpfen, oder? Ja, und jetzt wird sie da runter gehen. Aber jetzt geht sie hier hin. Sag mal. Aber jetzt. Gut, aber ich würde sagen, die nächsten Level machen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.